Russland hat heute die Ukraine mit militärischer Gewalt angegriffen, weshalb der Sicherheitsrat eine Sitzung abgehalten hat. Gemeinsam mit unseren Verbündeten in der Europäischen Union und der NATO verurteilen wir das militärische Vorgehen Russlands. Wir werden eine Dringlichkeitssitzung in Brüssel abhalten. Ich sehe, dass die Europäische Einheit gewahrt werden kann und wir in der Lage sein werden, gemeinsame Schritte zu beschließen. Ungarn muss sich aus diesem Kriegskonflikt heraushalten, denn für uns ist das Wichtigste die Sicherheit des ungarischen Volkes. Deshalb kommt es für uns nicht in Frage, Soldaten oder militärische Ausrüstung in die Ukraine zu schicken. Aber wir werden natürlich humanitäre Hilfe leisten. Wir können die Vorschläge der Linken nicht akzeptieren, die Ungarns Energie- und Gasversorgung gefährden und die niedrigen Energiekosten der Familien in Frage stellen würden. Unsere Militär- und Polizeieinheiten haben ihre Arbeit entlang der ausgewiesenen Abschnitte der ungarisch-ukrainischen Grenze aufgenommen. Leider müssen wir damit rechnen, dass nach dem heutigen Militärangriff die Zahl der ukrainischen Bürger, die den Flüchtlingsstatus beantragen, steigen wird. Wir haben uns auf ihre Betreuung vorbereitet und werden in der Lage sein, diese Herausforderung schnell und effektiv zu bewältigen. Wir haben uns auf ihre Betreuung vorbereitet und in der Lage sein,